Ah, fuck. Ich hab... Scheiße. Hi, DuckCookie. Moin. Grüß dich. Äh, Makalanias. Ich grüß, äh, Lanias, grüß dich. Du auch, ja. Ähm. Scheiße. Willst du einen kleinen Tipp? Ja, wenn du hast, wär supi. Ich komm grad nicht weiter. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich mein, wir haben die Uhr. Wir können unsere Frau erstechen. Und selber anscheinend ja nicht. Könnte ich auch nicht. Ich könnte das selber auch nicht machen. Ist das noch ein echter Polizist? Nein, natürlich nicht. Das ist kein echter Polizist. Das wissen wir schon. Weil welcher Polizist tritt einfach die Tür ein und fesselt uns und ermordet uns dann? Das ist immer so. Ähm, aber wir können den nicht erstechen. Du könntest den Lichtschalter zweimal anmachen. Vielleicht explodiert der was. Der im Schlafzimmer? Ich probier das mal. Ah. Oha. Was? Are you okay? Man, that hurt. Thank God I was wearing shoes, right? No kidding. Just glad you're okay. Okay. Wie viel Zeit war ich denn jetzt vergangen? Fünf Minuten? Aber wie benutze ich das gegen den? Das heißt, ich mache an und mache aus. Und dann mache ich die Tür zu und er macht die... Ah, und dann verstecke ich mich im Schrank, oder? Ja. Ja, Moment. Warte, genau. Ja. Das ist die Idee. Warte. Ähm. Das dürfte gehen. Das heißt, ich... Äh. Warte einfach, bis der kommt, ne? Oder ich gehe einfach aus... aus die Tür raus. Ich probier das mal. Und wir sind zurück. Wir sind zurück. Genau. Also. Das heißt... Legen wir unsere Frau vielleicht schlafen? Ja, ja. Ich würde unsere Frau vielleicht schlafen schicken mit Schlaftabletten? Ist das eine gute Idee? Hallo, Honey. Hm. Aha. Ja. Hm. Ja, ich will. Sollen wir ihr vorher vielleicht erzählen, was wir wissen? Oder nicht? Ich bin mir da so... Ich bin da so ein bisschen unschlüssig. Warte. Dann heißt... Ich mache an. Ich mache aus. Sollen wir sie... Ich mache die Tür zu. Sollen wir sie betäuben? Kriegt sie das mit oder nicht? Warte. Geht das? Hier ist es. Danke, aber ich bin schon auf dem. Was? Aber da bin ich schon? Was? Oh nein. Hm. Ach, weil der... Ach, weil der Becher hier stand. Ah, shit. Hier ist es. Ich bin nicht mehr faszinierend, aber danke. Shit. Ah. Fuck. Aber... Er wird doch trotzdem alle Räume durchsuchen, oder? Wenn er kommt. Theoretischerweise wird er ja alle Räume durchsuchen, wenn wir nicht da sind im Raum. Also denke ich mal. Oh, die Sounds habe ich ganz vergessen. Oh, fuck. Stimmt. Die habe ich ganz vergessen. Ui, warte mal. Äh. Oh, Moment. Da war ja was. Äh. Das brauche ich nicht. Ach, wieso sind die Sounds denn hier nicht drin? Ach, weil wir Dings... Nein. Sorry. Wir machen gerade die YouTube-Aufnahme, deswegen gehen die ja nicht. Spar dir die Punkte. Genau, wir machen ja gerade eine YouTube-Aufnahme. Deswegen spar dir die Punkte. Deswegen geht das hier nicht. Ähm. Zweites Mal. Ja. Komm, wir probieren das mal, die Frau zu betäuben. Das geht ja. Das wissen wir ja. Und we're back. Und we're back. So, ich nehme den Becher. Den hier, weil den nimmt sie ja. Und den anderen nehme ich auch weg, damit sie nicht auf die Idee kommt, äh, das auszuprobieren. So. Heißt für uns, wir machen mal die Tür offen. Wir machen den Schalter an und aus. Achso, sie kommt schon. Honey. Hey there. Hi. Wie sie das stand so. Hey there. Hi. Ja. 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 So, pass auf. Ich betäub's dir erstmal. Das heißt, ich mache von innen die Tür zu. Damit sie das nicht mitbekommt. Ich mache den Medizinschrank offen. Nimm die Schlaftabletten. Die kommen da rein. Dann füllen wir den Becher auf. Wir machen die Tür offen. So. Geben ihr den Becher. Wohl. Oh, ja. Thanks. I was about to grab some. Supi. Ich setz mich hin. So. Oh, dann, ich weiß was. Ich mach das schon mal mit dem Schalter. Wir machen das schon mal mit dem Schalter. Und aus. So. Welche Icon sahen jetzt identisch aus, nachdem die Tabletten befüllt wurden? Willst du ja wissen, welcher der richtige war? Stand drauf. Du konntest... Also, wenn ich jetzt über den Becher gefahren bin, stand nur Becher. Wenn du über den anderen fährst, stand Becher und den Klammern mit Schlaftabletten. Das steht da extra. So. Sisi liegt sie jetzt hin, ne? Wir machen hier die Tür zu. So. Bewusstlos. Okay. So. Das Buch können wir nehmen. Die Schlüssel nehmen wir. Nehmen wir hier ab. Ne? Heißt, ich geh raus. Mach die Tür von außen zu. Ne, warte. Hier. So. Und wir verstecken uns im Schrank. Na? Beweismittel vielleicht noch verstecken. Damit nicht irgendeiner auf die Idee kommt. Und Kerzen ausmachen. Kann man die Kerzen ausmachen oder einfach einstecken? Ich steck sie mir in die Tasche. Brennende Kerzen. Äh, Kerzen. Kerzen. Brennende Kerzen. Löffel nehme ich mit. Stuhl. Kann man nicht mich hinsetzen. Couch. Gemälde. Schalter. Ich mache Licht aus. Dann fällt das nicht so auf. So. Alles dunkel. Jetzt sieht aus, als wäre keiner hier, oder? Machen wir das mal so. Dann würde ich jetzt in den Schrank gehen. Nehmen wir das Handy noch mit. Kleidung. Handy. Handy. Sonst ist nichts hier, oder? Ne. Okay. Tür. Zumachen. Und wir warten. Und dann schauen wir mal, was passiert. Gucken wir doch mal. So. Ja. Genau. Jetzt warten wir. Ach, krass. Ach, krass. Niemand da. Niemand. Ist keiner hier. Nö, nö. Nein. Das macht niemand auf. Nö, nö. Lass mal. Nein. Erster Lichtschalter. Nö, nö. 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 Ich weiß es nicht, ob das heißt, dass wir weiterkommen, aber das hatten wir bisher noch nie gehabt, wenn die Zwischensequenz kommt. Oh, jetzt der Lichtschalter. What the? Bingo. Können wir den jetzt fesseln? Bewusstlos. Okay. Er hat ein Telefon bei. Oh, wir können fesseln. Messer, Telefon, Knarre, fesseln, fesseln. Kabelbinder, Polizisten. Den fesseln wir jetzt erstmal. So. Hätte ich mal um. So. Oh, die Knarre, ne. Die sollten wir vielleicht irgendwie woanders hinbringen, weil nicht, dass es nachher heißt, hier, ne? Warte mal, ne. Das ist das Telefon. Huch. Äh. Wo ist das? Das hier. Ah, ne. Das ist unser. Moment. War doch richtig. Bumblebee, Dad. Vergiss dich. Nein. Warte mal. Machen wir die Füße auch noch. Geht das? Ich würde gerne den in sein Telefon mal eben durchlesen. Oh, der steht auf. Oh, fuck. Oh, ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Really? Das glaube ich ja jetzt nicht, oder? Das war jetzt nicht wahr. Das ist ja doof gelaufen. Fuck. Nein. Ach. Wild, Mann. Mann. So, warte. Hi. Das ist so gut. So, warte. Ja, ich kann gut schleichen. Hm. Äh, warte. Warte, warte, warte. Willst du? Äh, ich nehme die Tasse. Ich nehme den Becher. Ich nehme das Messer. Ich gehe hier hin. Mit seiner Waffe erschießen. Ja, ich habe Angst, dass dann der vielleicht doch Polizist ist und wir dann vielleicht, äh, nein, das wollte ich gar nicht. Ach, Quatsch. Nein. Äh, dass wir dann vielleicht nachher verdächtigt werden oder so. Weißt du? Dass nachher heißt, ja, warum haben sie den erschossen und so? Siehst du, jetzt steht hier, Becher mit Tabletten. Ja. Ne? Äh, dass nachher wir im Knast landen oder so und unsere Frau irgendwie, vielleicht sollten wir mit der reden. Warte, Schatzi, ich habe was zu trinken. Warte. Hier. Hä? Gib mir doch. Und? Oh, ja. Nein, nicht geben. Ach. Ich wollte auch mit ihr reden. Oh nein. Oh, fuck. Kann ich das trotzdem machen? Ah, kann ich trotzdem machen. Äh, nach der Vergangenheit fragen. Äh, mit dem Lüftungsschacht. Sollen wir ihr das trotzdem sagen? Was ist, wenn du dich selbstbewusst losmachst? Weiß ich gar nicht, ob das geht. Könnten wir mal ausprobieren. Im nächsten Loop vielleicht. Er hat keine Marke, keinen Durchsuchungsbefehl. Stimmt, er hat nichts in der Tasche gehabt, ne? Eigentlich. Stimmt. Ähm. Ich probiere das nochmal, ihr das zu erzählen, bevor sie schlafen geht. Packen in den Schrank stellen, das geht leider nicht. Was? Ein Mann hat dir gesagt, was der fuck? Ich weiß nicht, wie das sagen. Aber, schau, ich lebe die gleichen Minuten, über und über und über. Was? Schau, ich weiß, wie dein Vater stirbt. Wie er wirklich stirbt. Ich weiß nicht, was du denkst. Aber du besser. Es war Weihnachtstag. Er hat dich rausgezogen. Er hat dich gebrochen. Wie, wie könnte du... Ich könnte, nicht? You told me in a previous loop. I... What? Lass es durchsichtig. I'm on your side. On my side? So. Oh Gott. Look. I couldn't... I didn't know, wie hat sie gesagt. Kommt sie ja wieder, ne? I'm so tired all of a sudden. I'm so tired. So, sie geht jetzt schlafen. Ich nehm das Messer mit. Ach, nee. Jetzt wird sie hier bewusstlos. Ach, krass. Uff. Okay. Was wir mit ihr gequatscht haben, ne? Warte mal. Was passiert denn, wenn ich ihr jetzt die Uhr reinstecke? Also, nicht wörtlich nehmen, ne? Sondern die Uhr ihr, äh, in die Hosentasche stecke. Ja? Nicht das, was ihr denkt. So. Uah. So. Äh. Was ist denn die Uhr? Kommt der schon? Nee, ne? Fahrstuhl war ja noch nicht. Äh, warte mal. Das ist eigentlich, äh, die Vorgeschichte von dem Loop. Oder gab's vorher fünf andere Loops, die du lösen musstest? Ist immer derselbe. Du landest hier, Pärchen, und dann bist du drin. Und dann passiert das immer wieder. Also, wir wissen gar nicht eigentlich. Wir haben nur erfahren, dass sie ihren Vater umgebracht hat. Warum? Wie war das denn nochmal? Ich muss das erstmal selber nochmal zusammenwürfeln. Da war auch irgendwie was gewesen. Und es geht um diese Uhr. Die Taschenuhr hier oben. Muss wohl sehr wertvoll sein. Die hat ihr Vater besessen. Und, ähm, der Typ will die haben. Warum? Wissen wir nicht. Ich würd gern die Nachrichten lesen, die er da stehen hat. Das Problem ist, wenn du die Nachrichten liest, läuft das Spiel weiter. Und du hast ja kaum Zeit. Der steht ja auf. Oder wir müssen ihn erstechen, erschießen. Müssen wir gucken. Ich würd mal versuchen, ihr die Uhr zu geben. Geht das? Warte mal. Wenn ich sie anklicke, geht das nicht? Und dann die Uhr? Kann ich ihr die Uhr geben? Das geht. So kann ich ihr die Uhr geben. Jetzt hat sie die Uhr. Okay, pass auf. Licht aus. Tür zu. Heute ist Spontan-Stream. Ja. Freitag. Ich denke, dass wir uns Freitag sehen. Heute wegen Testen. Wegen neues Mikrofon und so. Und neues Equipment. Äh. Deswegen heute einfach Sonder-Stream. Freitag. Ich denke, dass wir uns Freitagabend sehen werden. Denk ich mal. Ähm. Aber ich wollte jetzt auch ein bisschen wieder für YouTube aufnehmen, weil ich ja 12 Minutes nichts mehr hatte. und, äh, das bietete sich so an, jetzt gleichzeitig alles auszuprobieren. Neuen Stuhl habe ich auch. Ist zwar derselbe, den ich vorher hatte, nur mit Stoff. Also, kein Kunstleder mehr und so. Genau. So. Der kommt ja jetzt. Licht haben wir gemacht, ne? Ich glaube, ja. Wird den erstechen. Hm. Okay. Äh. Oh. Nein, 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 nein. Die Tür. Die Tür. Die Tür. Die Tür. Tür zu. Nein. Nein. Mach zu. Tu eben das Handy. Rollo. Genau. So. Äh. Tut mir leid, aber ich höre keinen Unterschied. Hauptsache, dein Stuhl macht irgendwas wenigstens. Gute Gefühle. Ja. Gute Gefühle. Bisschen hört man es schon. Von der Qualität her des Mikrofons ist es schon ganz anders. Und ich höre mich endlich selber. Endlich. Das ist so weird, aber auch so gut. Dann redet man wenigstens nicht so laut. Das ist halt super. Gab es so tolle, schöne, viele Geschenke zu Weihnachten. Ja. Hier, Mikrofon, Mikrofon, Armkabel, Equipment. Sowas Schönes. So, jetzt fällt er um, ne? Sollen wir ihn jetzt töten? Erstmal durchsuchen, ne? Messer. Sollen wir ihn erstechen? Fesseln und erstechen. Machen wir das mal. Würde ich sagen, oder? So, warte. Mit seinem eigenen Messer vielleicht? Geht das? Nein, er schne... Nicht losschneiden! Bist du bescheuert? Fesseln. Jetzt hat er die Dings... Ich muss das oben machen, glaube ich. Nicht fesseln. Äh, warte. Oben am Kopf. Ja, mach! Worauf wartest... Worauf wartest du denn? Mach! Ist er jetzt tot? Ist mir scheißegal. Was willst du denn? Ah! Sagen, dass du unschuldig bist? Nach der Uhr fragen? Nach dem Mordvorwürfen fragen? Nach dem Kindermädchen fragen? Was für ein Kindermädchen? Sagen, dass du unschuldig bist? Hey, hey, hey. Hey, ich bin sorry, ich habe dich verhört, aber ich bin innen. Ich habe gerade über all das herausgefunden. Ich habe nichts mit dem zu tun. Es ist alles ihre Schuld. Also, bitte, lasse mich davon aus. Du solltest über das gedacht haben, bevor du mich verdammt hast. Lass mich jetzt gehen. Jetzt. Nö. Ähm. Ich würde gerne lesen, was in seinem Handy steht. Nur einmal kurz gepiekst. Oh, fuck. Ich blüte. Ja, blüte doch. Ja, okay, okay. Hör auf. Nach der Uhr fragen. Warum willst du das Watch? Shit. Ich brauche einen Doktor. Ja, ich brauche dich. Und ich werde dich wieder schmerzen, wenn du mich machen willst. Die Watch, komm mal. Fuck. Fucking Watch. Hast du keine Idee, was das Ding wert ist? Geld? Das ist das, was das ist? Du wirst Mörderer für Geld? Du wirst wirklich nicht wissen? Nein. Deine Wunderschöne, ihr Vater, das beste Sache mit der Familie, die ich ever hatte. Du kennst ihn? Oha. Ich kennst ihn. Er hat mir alles, alles, was ich kenne. Er war gut für mich. Wenn niemand anderes war. Und das Monster hat ihn verletzt. Also kannte er den Vater und sie. Und der Vater war gut zu ihm. Verstehe ich richtig. Okay. Aus seiner Beziehung zu ihrem Vater fragen. Nach dem Mord Vorwürfen fragen. Warum sind sie immer noch hinter meiner Frau her? Wie wurde ihr Vater ermordet? Woher wissen sie, dass sie es war? Warum sollen sie sie so etwas tun? Wie wurde der Vater ermordet? Wie war ihr Vater? Her? Sie schlug ihn Christmas Eve acht Jahre alt Jahr ago. Didn't kill him, though. Then on New Year's Eve she came back and finished the job. Two shots, close range, heartless. Wait, what? No, 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 that's not true. She told me she ran away on Christmas Eve. Uh-huh. But by New Year's, on New Year's she was here. She was hundreds of miles away when he was killed. She was, prove it. She's a murderer. Murder's lie. You don't have proof. Uff. Ich weiß nicht mehr, was sie uns erzählt hatte, aber anscheinend ja, okay. Äh, äh, wissen sie, dass sie es war? Mhm. Vielleicht sie unschuldig. Nö. Äh. Ja, okay, okay. Hör auf. Warte. Über den Mord sprechen. In der Mädchen? What do you know about the Nanny? Who? The Nanny, the old man had the affair with. What do you know about her? What do you care about the Nanny? It was years ago. Ach ja, der Vater hat ja eine Affäre mit der, mit der Nanny gehabt. Stimmt ja, da war ja was. Ähm, warum wurde ihr Vater ermordet? Warum soll sie dir aufs Tun immer noch hinter der Frau her? Warum? Why are you still after her? It's been so long. I never stopped looking. Finally got a tip. Pointed me here. Nach dem Hinweis fragen. Who gave you the tip? The pocket watch she stole. She tried to sell it. Pawnshop owner. Let us know. Okay. Wie wurde ihr Vater ermordet? Das wissen wir, ne? Hatten wir, glaube ich, schon gefragt, ne? Warum sollte sie so etwas tun? Why would she possibly do something like that? Money, jealousy, a million reasons. You should ask her. How did her father die? Her? She shot him. Christmas Eve, eight years ago. Didn't kill him, though. Then on New Year's Eve, she came back and finished the job. Two shots, close range, heartless. It was someone else. It had to have been. Look, by New Year, she wasn't there anymore. Sure, she wasn't. Prove it. Now untie me. Okay, okay. Listen up. Warte. Ach so. Hier wurde der Vater ermordet. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir? Erstechen wir ihn weiter? Lösen wir ihm die Handschellen? Ich würde gerne das Handy lesen. Ich lese mal das Handy durch. Bumblebee. Dad, vergiss nicht. Vor der Sitzung. Vor der Sitzung anzurufen. Okay. Du vergisst es immer und danach bin ich zu müde. Viel Glück heute. Man merkt dir an, wie gestresst du warst. Wünsche, du wärst hier. Oh. Oh oh. Oh fuck.